Guten Tag, Krause mein Name, Dieter Krause, Hausmeister dritter Generation und das ist noch lange nicht alles. Ich habe mich nämlich auch anderweitig mit Ehre quasi überhäuft, weil ich habe mich registrieren lassen bei der DKMS, der Deutsche Knochenmarkspende-Datei. Und das hat Vorteile, weil da werden sie quasi direkt ernannt zu einem sogenannten Held, weil sie Tätende helfen, eine ganz hinterlistige Krankheit quasi aus der Wurzel heraus zu bekämpfen. Bitte, stellen Sie sich mal vor, mein Dackel, der hätte Leukämie, ein entsetzlicher Gedanke. Oder im menschlichen Bereich, der Karl, den hätte es urplötzlich getroffen. Der Präsident von meinem Dackelklopf, das wäre doch auch sehr erschreckend. Aber jetzt kommt der Clou. Der DKMS, der hat meine Stammzellen da quasi abgespeichert. Und die tun das sorgfältigst prüfen, ob das da mit der Struktur von dem Karl zusammenpasst. Und wenn dem so wäre, da täte ich meinem Präsidenten quasi ein komplettes Leben retten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, wann kann er nicht anders? Dann muss er mich zum Sitzen ernennen. Also seien auch Sie hilfreich und tun Sie auch so Helden wie mich da aufspüren. Machen Sie mit bei dem Projekt 2 Millionen Helden. Dreh den DKMS-Spot fürs Leben. Ach so, ja. Die Teilnahmebedingungen sorgfältig durchlesen. Aber tut mir leid. Achtung muss sein. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Vielen Dank.